Herzlich Willkommen bei Bewusstsein TV. Heute möchte ich mit euch über ein faszinierendes Thema sprechen, das nicht nur die Welt der UFOs betrifft, sondern auch in Verbindung mit unseren Träumen und unserem Unterbewusstsein steht. Und wer könnte uns dabei besser helfen, dieses komplexe Thema zu verstehen, als der renommierte Psychiater Carl Gustav Jung, als mir vor einiger Zeit das Buch Geheimnisvolles am Horizont von UFOs und ähnlichen Phänomenen von Carl Gustav Jung in die Hände fiel, wurde meine Neugierde geweckt. Tag für Tag und Nacht für Nacht habe ich recherchiert, um mehr über seine Einsichten zu erfahren. Carl Gustav Jung betrachtet UFOs nicht nur als isoliertes Phänomen, sondern zieht Verbindungen zu Träumen und unserem Unterbewusstsein. In seinem Werk beleuchtet er das Thema auf fast 200 Seiten und spannt einen Bogen zwischen diesen verschiedenen Ebenen des menschlichen Erlebens. Mit seiner umfassenden Expertise als Psychiater und seiner bahnbrechenden Theorie des kollektiven Unbewussten liefert uns Carl Gustav Jung wertvolle Denkanstöße und Interpretationsmöglichkeiten, um das Phänomen der UFOs in einem ganz neuen Licht zu betrachten. Sein Werk ist eine unverzichtbare Quelle für alle, die sich für das Thema interessieren und den Zusammenhang zwischen UFOs-Träumen und unserem Bewusstsein erforschen möchten. Also bleibt gespannt. In dem kommenden Video werden wir einiges aufdecken und Spannendes erfahren. Gleich nach dem Intro geht's weiter. Ich möchte mit einem Zitat aus dem Buch Geheimnisvolles am Horizont von UFOs und ähnlichen Phänomenen beginnen. Die Erforschung des UFO-Phänomens eröffnet uns die Möglichkeit, unsere eigene Entwicklung zu fördern und unsere Vorstellungen von Bewusstsein und Realität zu erweitern. Dies soll kein psychologisches Video werden. Aber Carl Gustav Jung war ein äußerst produktiver und einflussreicher Autor, der über eine Vielzahl von Themen geschrieben hat. Neben dem Thema UFOs und Außerirdische hat er sich intensiv mit der Psychologie des Unbewussten und der analytischen Psychologie befasst. Ich möchte euch jetzt noch einige Bücher von Carl Gustav Jung vorstellen, die ähnliche Ideen enthalten. Archetypen und das kollektive Unbewusste In diesem Werk erforscht Jung die tief verwurzelten Archetypen, die in unserem kollektiven Unbewussten existieren. Er erklärt ihre Bedeutung für unsere individuelle Psyche und das Verständnis von Symbolen und Mythen. Psychologische Typen Jung beschäftigt sich hier mit der Unterscheidung verschiedener Persönlichkeitstypen und ihrer Auswirkung auf das individuelle und kollektive Verhalten. Er entwickelt seine berühmte Theorie der introvertierten und extrovertierten Persönlichkeitstypen. Das für mich interessanteste Werk ist das Rote Buch. Dieses Buch enthält Jungs persönliche Aufzeichnungen und Illustrationen aus einer Zeit, in der er sich intensiv mit seinem eigenen Unbewussten auseinandersetzte. Er bietet einen einzigartigen Einblick in seine persönliche Entwicklung und seine spirituelle Suche. Der Mensch und seine Symbole Hier untersucht Jung die Bedeutung von Symbolen in der menschlichen Psyche und Kultur. Er erklärt, wie Symbole uns helfen können, Zugang zu unserem Unbewussten zu erhalten und eine tiefere Verbindung mit unserer inneren Welt herzustellen. Synchronicität Der Sinn des Zufalls In diesem Werk erforscht Jung das Konzept der Synchronicität, das auf die Verbindung von Ereignissen jenseits der kausalen Beziehung hinweist. Er diskutiert die Bedeutung von Zufall und Synchronicität in Bezug auf das individuelle Schicksal und die kollektive Entwicklung. Ich wollte euch diese Bücher einmal kurz vorstellen, weil sie einen umfassenden Einblick in Jungs' Denken und seine Theorien über das menschliche Bewusstsein, das Unbewusste und die Bedeutung von Symbolen und Archetypen herstellt. Sie könnten für diejenigen von euch von Interesse sein, die sich tiefer mit Jungs' Ideen auseinandersetzen möchten. Aber kommen wir nun wieder zurück zum eigentlichen Thema des UFO-Phänomens und die Verbindung zu Carl Gustav Jungs' Theorien. Carl Gustav Jung, einer der einflussreichsten Psychologen des 20. Jahrhunderts, befasste sich intensiv mit dem UFO-Phänomen. Er analysierte die psychologischen Aspekte der Sichtungen und die Reaktionen der Menschen darauf. Er glaubte, dass etwas existiert, konnte aber nicht genau sagen, was es war. Sein Interessenschwerpunkt lag auf der menschlichen Reaktion auf das Phänomen und darauf, wie das komplexe Innenleben des Menschen dadurch offenbart wird. Kommen wir nun zu Jungs' Ansichten. Erstens, Menschen reagieren auf Geheimnisse mit Projektion ihrer eigenen unbewussten Inhalte. Carl Gustav Jung war der Überzeugung, dass Menschen dazu neigen, ihre eigenen unbewussten Inhalte auf Geheimnisse und unerklärliche Phänomene zu projizieren. Wenn wir mit etwas konfrontiert werden, das wir nicht verstehen oder erklären können, versuchen wir oft, ihm einen Sinn zu geben, indem wir unsere eigenen Ängste, Hoffnungen, Wünsche und Überzeugungen darauf übertragen. Im Fall der UFO-Sichtungen bedeutet dies, dass Menschen ihre eigenen unbewussten Inhalte auf diese rätselhaften Objekte projizieren. Je nachdem, welche Einstellungen, Erwartungen und Befürchtungen eine Person hat, kann sie in den UFOs eine Bedrohung, eine Hoffnung auf Rettung oder ein Zeichen einer höheren Intelligenz sehen. Jung betonte, dass diese Projektionen nicht bedeuten, dass die UFOs selbst nicht real sind. Sie zeigen jedoch, dass unsere Wahrnehmung und Interpretation dieser Phänomene stark von unserer eigenen Psyche beeinflusst werden. Unsere unbewussten Inhalte färben sozusagen unsere Erfahrungen der Realität. Für Jung war die Bewusstwerdung dieser Projektionsmechanismen ein wichtiger Schritt in der Persönlichkeitsentwicklung. Wenn wir erkennen, dass vieles von dem, was wir in der Welt wahrnehmen, ein Spiegel unseres eigenen Unbewussten ist, können wir beginnen, diese Inhalte zu integrieren und ein klares Bild der Realität gewinnen. Zweitens, UFOs als moderner Mythos und Projektion des kollektiven Unbewussten. Carl Gustav Jung sah in den UFOs-Sichtungen nicht nur individuelle Projektionen, sondern auch einen Ausdruck des kollektiven Unbewussten. Für ihn waren UFOs ein moderner Mythos, der ähnliche Funktion erfüllt wie die Mythen und Märchen früherer Zeiten. Jung ging davon aus, dass es neben dem persönlichen Unbewussten auch ein kollektives Unbewusstes gibt, das allen Menschen gemeinsam ist. Dieses kollektive Unbewusste enthält archetypische Bilder und Symbole, die sich in Mythen, Träumen und Visionen ausdrücken. Diese Archetypen sind gewissermaßen die Bausteine unserer Psyche, die uns helfen, die Welt zu verstehen und unserem Leben einen Sinn zu geben. In den UFOs sah Jung eine moderne Manifestation dieser archetypischen Bilder. Sie verkörpern demnach Hoffnungen, Ängste und Sehnsüchte, die in unserem kollektiven Unbewussten schlummern. So kann das UFO zum Beispiel als Archetyp des Himmelsbesuchers oder des göttlichen Boten gesehen werden, der uns etwas Wichtiges mitzuteilen hat. Dabei ist es wichtig zu betonen, dass Jung die Realität der UFOs selbst nicht leugnete. Er war der Meinung, dass es durchaus reale Phänomene geben könnte, die den Sichtungen zugrunde liegen. Für ihn war jedoch die psychologische und mythologische Dimension dieser Phänomene mindestens ebenso wichtig wie die Frage nach ihrer physischen Realität. 3. Ufos als Symbol einer sich verändernden Weltanschauung und eines Übergangs in ein neues Zeitalter, das Wassermann-Zeitalter. In Carl Gustav Jungs Verständnis waren UFO-Sichtungen nicht nur individuelle Projektionen oder Ausdruck des kollektiven Unbewussten, sondern auch ein Symbol für einen tiefgreifenden Wandel in der Weltanschauung und Spiritualität der Menschheit. Er sah in ihnen einen Hinweis auf den Übergang in ein neues Zeitalter, das sogenannte Wassermann-Zeitalter. Das Wassermann-Zeitalter ist ein astrologisches Konzept, das auf der Präzision der Tag- und Nachtgleiche beruht. Demnach wechselt etwa alle 2000 Jahre das Tierkreiszeichen, in dem die Sonne zum Zeitpunkt der Frühlings-, Tag- und Nachtgleiche steht. Derzeit befinden wir uns im Übergang vom Fische-Zeitalter zum Wassermann-Zeitalter. Für Jung war dieser Übergang nicht nur von astrologischer, sondern auch von großer spiritueller und psychologischer Bedeutung. Er sah darin eine Zeit des Umbruchs, in der alte Weltbilder und Glaubenssysteme in Frage gestellt werden und neue Formen der Spiritualität und des Bewusstseins entstehen. Die UFO-Sichtungen deutete er als ein Symbol für diesen Übergang. Sie stehen demnach für eine Öffnung des menschlichen Bewusstseins, für neue Dimensionen der Realität und für eine Begegnung mit dem Unbekannten und Jenseitigen. In einer Zeit, in der traditionelle religiöse Vorstellungen an Bedeutung verlieren, suchen die Menschen nach neuen Formen der Sinngebung und Transzendenz. Die UFOs können als Ausdruck dieser Suche verstanden werden. In diesem Sinne können UFOs als ein positives Symbol für den Übergang in ein neues Zeitalter verstanden werden. Sie stehen für die Hoffnung auf eine Erweiterung unseres Bewusstseins, auf eine tiefere Verbindung mit dem Kosmos und auf eine spirituelle Erneuerung der Menschheit. Gleichzeitig mahnen sie uns aber auch achtsam und verantwortungsvoll, mit diesen neuen Möglichkeiten umzugehen und sie in unser bestehendes Wissen und unsere ethischen Prinzipien zu integrieren. Viertens Vergleich mit religiösen Symbolen wie dem wirbelnden Rat von Vishnu oder dem buddhistischen Mandala. In seiner Analyse der UFO-Sichtungen zu Carl Gustav Jung Vergleiche zu religiösen Symbolen aus verschiedenen Kulturen, insbesondere zum wirbelnden Rat von Vishnu aus der hinduistischen Mythologie und zum Mandala aus der buddhistischen Tradition. Er sah in diesen Symbolen Parallelen zu den kreisförmigen oder radförmigen Objekten, die bei UFO-Sichtungen häufig beschrieben werden. Das wirbelnde Rat von Vishnu ist ein mächtiges Symbol in der hinduistischen Ikonografie. Es stellt die Schöpferkraft und die zerstörerische Energie des Gottes Vishnu dar und wird oft als Waffe gegen das Böse eingesetzt. Gleichzeitig symbolisiert es aber auch die kosmische Ordnung und die zyklische Natur der Zeit. Für Jung hatte dieses Symbol eine tiefe psychologische Bedeutung. Es repräsentiert die Ganzheit und Vollständigkeit der Psyche, die Einheit von Gegensätzen und die Integration von Bewusstem und Unbewusstem. In den UFO-Sichtungen sah er eine moderne Manifestation dieses archetypischen Symbols, eine Erinnerung an unsere Verbindung mit dem Kosmos und an die Notwendigkeit, unsere inneren Gegensätze zu versöhnen. Ähnliche Parallelen zog Jung zum Mandala, einem symbolischen Diagramm, das in der buddhistischen und hinduistischen Tradition verwendet wird. Mandalas sind meist kreisförmig und haben ein Zentrum, von dem aus symmetrische Muster nach außen strahlen. Sie dienen als Fokuspunkt für Meditation und Kontemplation und sollen die Einheit von Mikrokosmos und Makrokosmos darstellen. Auch im Mandala sah Jung ein Symbol für die Ganzheit und Vollständigkeit der Psyche. Es stellt die Ordnung und Harmonie des Kosmos dar und dient als Wegweiser für die innere Entwicklung des Individuums. Die kreisförmigen Objekte, die bei Ufo-Sichtungen beschrieben werden, erinnert Jung an diese Mandalas und an ihre psychologisch und spirituelle Bedeutung. Indem wir die Ufo-Sichtungen im Lichte dieser archetypischen Symbole betrachten, können wir also ein tieferes Verständnis für ihre psychologische Bedeutung gewinnen. Wir können erkennen, dass sie Ausdruck einer tiefen menschlichen Sehnsucht nach Ganzheit, Sinn und Transzendenz sind. Einer Sehnsucht, die sich zu verschiedenen Zeiten und in verschiedenen Kulturen auf unterschiedliche Weise manifestiert hat. Fünftens Ufo-Sichtungen als Ausdruck eines Bedürfnisses nach Transzendenz und einer höheren Ordnung in einer von Unsicherheit geprägten Welt. Für Carl Gustav Jung waren die Ufo-Sichtungen nicht nur ein isoliertes Phänomen, sondern Ausdruck eines tiefen menschlichen Bedürfnisses nach Transzendenz und Sinnhaftigkeit in einer zunehmenden, unsicheren und fragilen Welt. Er sah in ihnen eine Art spirituelle Kompensation für die Verunsicherungen und Erschütterungen der Moderne. In einer Zeit, die geprägt ist von rasantem technologischen Wandel, sozialer Umwälzung und der allgegenwärtigen Bedrohung durch atomare Vernichtung, sehnen sich viele Menschen nach Halt, Orientierung und einer übergeordneten Ordnung. Traditionelle Sinnstiftungssysteme wie Religion und Mythologie haben für viele an Überzeugungskraft verloren, während die Wissenschaft zwar immer detailliertere Erkenntnisse liefert, aber oft keine befriedigenden Antworten auf die großen Fragen der menschlichen Existenz geben kann. Nicht letztlich geht es darum, die UFO-Sichtungen als Spiegel unserer eigenen Psyche und unserer kollektiven Sehnsüchte zu verstehen, sondern sie zu konfrontieren mit den großen Fragen in uns über die Mysterien des Lebens und sie fordern uns da heraus, Antworten und Orientierung in uns selbst zu finden. Wenn wir dies tun, können wir vielleicht zu einer reiferen und erfüllteren Form der Spiritualität finden. Eine Spiritualität, die uns mit dem Kosmos und mit uns selbst verbindet und uns hilft, den Herausforderungen unserer Zeit mit Weisheit und Mitgefühl zu begegnen. UFO-Sichtungen sind nicht nur ein faszinierendes kulturelles Phänomen, sondern auch eine Einladung zur Selbsterforschung und psychologischen Integration. Sie konfrontieren uns mit den Licht- und Schattenseiten unserer eigenen Psyche und fordern uns heraus, eine reifere, ganzheitlichere Haltung zu uns selbst und zur Welt zu entwickeln. Vielleicht liegt darin ihre tiefste Bedeutung und ihr größtes Potenzial. Nicht als Beweise für außerirdisches Leben, sondern als Wegweiser zur menschlichen Selbsterkenntnis. Für Jung waren diese wissenschaftlichen Erkenntnisse eine Bestätigung dessen, was die Psychologie und die spirituellen Traditionen schon lange wussten. Dass die Wirklichkeit nicht einfach gegeben, sondern ein ko-kreatives, partizipatives Geschehen ist, an dem wir als bewusste und unbewusste Wesen teilhaben. Unser Bewusstsein, so seine Überzeugung, ist nicht einfach ein passiver Spiegel einer äußeren Realität, sondern ein aktiver Mitgestalter dessen, was wir als Wirklichkeit erfahren. In diesem Sinne könnten die Ufos als Einladung verstanden werden, unsere Rolle als Schöpfer der Realität bewusst anzunehmen und zu reflektieren. Anstatt uns als getrennte, isolierte Subjekte zu begreifen, die einer objektiven Welt gegenüberstehen, sollten wir lernen, uns als Teil eines größeren, schöpferischen Prozesses zu verstehen, in dem Inneres und Äußeres, Geistiges und Materielles untrennbar verwoben sind. Das würde auch bedeuten, jene Dimensionen der Wirklichkeit ernst zu nehmen und wertzuschätzen. Aber vielleicht, so Jungs Hoffnung, liegt genau darin die größte Bedeutung der Ufo-Phänomene, dass sie uns ermutigen, die Grenzen unserer Wirklichkeit und unseres Selbstverständnisses immer wieder zu überdenken und zu erweitern. Dass sie uns darin erinnern, dass wir Teil eines größeren Geheimnisses sind, das sich nie ganz entschlüsseln, aber immer neu erkunden und würdigen lässt. Ihr Lieben, inspiriert von den faszinierenden Ideen von Carl Gustav Jung und seinem Werk Geheimnisvolles am Horizont von Ufos und ähnlichen Phänomenen, sind wir eingeladen, unsere Vorstellungen von Realität und Existenz zu erweitern. Indem wir uns für neue Möglichkeiten öffnen und unsere Verbindung zum Kosmos erkennen, können wir eine tiefere Verbindung mit uns selbst und der Welt um uns herum erfahren. Lassen wir uns von den Symbolen und Archetypen von Ufos und Außerirdischen, von unseren Träumen und unserer Vorstellungskraft inspirieren, um eine neue Ebene des Bewusstseins zu erreichen. Mögen wir den Mut finden, unsere eigene Entwicklung zu fördern und unsere innere Reise fortzusetzen. In diesem Sinne wünsche ich euch eine aufregende Reise der Erkenntnis und eine Verbindung zu den Geheimnissen am Horizont. Ihr Lieben, vielen herzlichen Dank, dass ihr euch wieder die Zeit genommen habt und bis zum Schluss dran geblieben seid. Anknüpfend an die Gedanken von Jung möchte ich euch heute eine spannende Vorschau auf unser nächstes Live-Gespräch mit Thomas Ritter am 29. April um 19.30 Uhr hier bei Bewusstsein TV geben. Im Mittelpunkt unseres Gespräches werden die geheimnisvollen Vimanas stehen, jene fliegende Maschinen des Altertums, von denen alte indische Texte berichten. Ich werde Thomas fragen, wie er die Verbindung zwischen den Vimanas und modernen Ufo-Sichtungen sieht und ob es mögliche Erklärungen für diese Phänomene geben könnte, die sowohl die alten Überlieferungen als auch Jungs Theorien berücksichtigen. Freut euch auf ein ebenso spannendes wie erkenntnisreiches Gespräch, das die Gedanken von Carl Gustav Jung mit den Themen aus Thomas Büchern verbindet und uns tief in die Welt des Unbekannten und Unerklärlichen eintauchen lässt. Seid also dabei, wenn es heißt, wie Manas, Ufos und die alten Götter, ungelöste Rätsel der Menschheitsgeschichte. Bis bald, eure Alexandra von Bewusstsein TV.